Liebe Zwergenfans, ich bin Johannes Steck und seit der ersten Minute kennt ihr mich eigentlich auch als Stimme der Zwergensager von Markus Heitz. Und ich habe mich sechs Jahre lang gefragt, gibt es eigentlich noch einen weiteren Teil? Ja, und ich freue mich, euch sagen zu können, am 1. September diesen Jahres erscheint endlich der sechste Band, die Rückkehr der Zwerge. Taucht jetzt mit mir ab in die ersten Seiten, werden die Kleinen wiederum die Größten sein. Ich bin sehr gespannt auf eure ersten Eindrücke und Fragen und schreibt gerne auch eure Kommentare. Viel Spaß! Prolog Das geborgene Land im Norden des vereinten Großkönigreichs Gauragon, an den Ausläufern des Grauen Gebirges, 1023 NB. Was das heißt, hat sich mir tatsächlich nicht erschlossen. Vielleicht wisst ihr es. In Klammern 7514er Sonnenzyklus nach alter Zeitrechnung, früher. Unaufhörlich warfen sich die Wassermassen der Smaragdfelle über Felsvorsprünge 30 Schritt in die Tiefe, bevor sie donnernd im breiten Becken einschlugen. Gischtschleier umspielten die stürzenden grünen Fluten des Flusses Tohwaren. Die winzigen Tröpfchen wurden vom Wind umhergetrieben und verteilten sich weit in der bewaldeten Umgebung, gingen auf Blättern und an Rinden der Bäume nieder. Das helle Sonnenlicht erschuf einen schillernden Regenbogen, der scheinbar für alle Ewigkeit malerisch über dem Gewässer leuchtete. Einige der klaren Tropfen landeten im geflochtenen, dunklen Barthaar des leicht gerüsteten Zwerges, der am Ufer in sicherer Entfernung vom breiten Kiesbett des Tohwaren stand. Sie sammelten sich zu glitzernden Perlen, als wollten sie ihn zieren, zusätzlich zu seinen goldenen Schmuckspangen. Es störte Barbandor Stahlgott aus dem Clan der Königswassertrinker nicht, dass die Tropfen sein wettergegerbtes Gesicht benetzten und auf dem Weg abwärts die eingegrabenen Linien und Narben in der Haut nachfuhren. Seine kräftigen Hände lagen locker auf dem aufwendig zesilierten Stahlkopf seiner schweren Kampfaxt, deren Stielende auf dem weichsteinigen Untergrund ruhte. Aus der Ferne wirkte der gestandene Zwerg wie ein sitzender Wanderer bei einer kurzen Rast. Der Blick aus Barbandors braunen Augen schweifte aufmerksam über die schäumenden grünlichen Wogen, die gut zehn Schritte vor ihm wirbelnd dahin zogen. Es roch nach frischen, duftenden Blüten und nassem Stein. Das Aufblühen der umgebenden Wiesen und Wälder, die an den südlichsten Ausläufern des Grauen Gebirges lagen, war deutlich vernehmbar. Barbandor hatte sich freiwillig für diese Aufgabe gemeldet, wie er es stets tat, sobald die Zeit gekommen war. Und dies geschah recht häufig. Jedes Mal nach Wolkenbrüchen im weit entfernten grauen Gebirge oder nach der Schneeschmelze oder nach anhaltenden starken Regenfällen über den Gipfeln und den Hängen der alten aufgegebenen Heimat, wuchs der Tohwan an und trug eine besondere, außergewöhnliche Fracht in seinen Wogen, die er irgendwann an Land spülte, vor allem nahe der Smaragdfällen. Mit einem tiefen Seufzen drehte Barbandor den Kopf und richtete den Blick mit Wehmut nach Norden, dorthin, wo sich das Graue Gebirge befand. Oder zumindest das, was nach den vielen Beben und Erschütterungen in hunderten Zyklen von ihm übrig geblieben war, Wo sich einst majestätische, namhafte Gipfel und uralte, vielgestaltige Hänge emporgeschwungen hatten, in denen man Formen und Figuren, Bestien und Schönheiten hatte erkennen können, gab es nun lediglich abgebrochene Klippen, stumpfe Erhebungen und wie lieblos hingeworfene, aufragende Bergketten. Tag ein, Tag aus stiegen irgendwo Qualmwolken und Rauchschlieren aus weit entfernten jungen Vulkanen auf. Die Beben hatten das ehrwürdige Graue Gebirge vernichtet und zugleich auf dessen Sockel ein neues Massiv erschaffen, das noch längst nicht zur Ruhe gekommen war. Ich weiß nicht, ob es irgendjemandem aufgefallen ist, aber ich habe mich bis jetzt tatsächlich noch nicht verlesen. Das ist eigentlich unglaublich. Wow. Ja, ich finde den Anfang auch schon wirklich sehr, sehr gut. Überhaupt ist Markus ganz viel Neues eingefallen. Ihr werdet auch sehen, es gibt jetzt nicht nur Zwergenkrieger, sondern es gibt auch Zwergenkriegerinnen und das ganz selbstverständlich. Überhaupt spielen Frauen hier eine viel größere Rolle und das finde ich auch ziemlich gut. Die machen es natürlich auch den männlichen Zwergen und den Männern überhaupt schwer, aber das ist ja auch gut so. Die Männer machen es den Frauen ja schon seit Jahrtausenden schwer. Der Anblick schmerzte Barbandur, obwohl er nie einen Fuß in die Berge, in die alte Heimat gesetzt hatte, wie keiner seit mehreren Generationen der Fünften. Die säulengestützten Hallen gehörten der Vergangenheit ebenso an wie die gefüllten Schatzkammern, die reichen Minen, die tönenden Schmieden und klingenden Werkstätten, wie die wunderschöne Handwerkskunst aus den Fingern zahlreicher begnadeter Zwerginnen und Zwerge. Das alles existierte bloß noch in Erzählungen, Niederschriften, Bildern und Zeichnungen und in unzähligen traurigen Liedern. Niemand wußte, wie es nun um das Innere der alten Heimat stand. »Frakas, was taten wir, dass du uns derart gestraft hast?« murmelte Barbandur. Die Antwort vermochten die Lebenden nicht zu geben. Hals über Kopf waren die Kinder des Schmieds vor etwas mehr als eintausend Zyklen geflohen, als die Beben begannen und Vulkane ausbrachen. Geflohen, bevor das graue Gebirge zum Grab für den Stamm der Fünften werden konnte. Dabei hatten sie den Großkönig aller Stämme und dessen legendäre Axt Feuerklinge verloren. Dieser Verlust traf die Zwerge wie das geborgene Land gleichermaßen hart. Wie hieß dieser König? Ebenso erging es den Zweiten im Blauen Gebirge des Südens. Nur die Ersten im Westen und die Dritten im Osten waren glimpflich davongekommen. Sie harten in den Behausungen im Roten und Schwarzen Gestein aus, auch wenn selbst ihre Reiche nicht mehr aussahen wie einst. Am schwersten von allen hatte es das Reich der Vierten getroffen. Es war von mehr als nur Erdbeben und Vulkanausbrüchen heimgesucht worden und die Folgen davon spürte das gesamte geborgene Land seit hunderten Zyklen. Die Zwerginnen und Zwerge der Zweiten, Vierten und Fünften lebten nun in wehrhaften Siedlungen nahe der Gebirge. Wann sie zurückkehren würden, um aufzubauen, was zerfallen da lag, blieb ungewiss. Ungewiss wie so vieles. Barbandoa schloss die Lieder, um sie mit Gist benetzen zu lassen. Die Wassertröpfchen kühlten seine Augen, in denen ein Brennen aufsteigende Tränen ankündigte. Seine Seele ließ sich kaum beruhigen. Gegen den inneren schweren Schmerz der fehlenden Heimat half wenig. »Was stehst du da herum?« Die schnarrende Stimme von Gisel gar Harthieb traf ihn in den Rücken. »Bist du eingeschlafen? Oder ist es die Furcht vor Erias Fluch?« Ein Rumpeln und dunkles Rattern erklangen. »Mach dich lieber nützlich!« Das Quietschen einer Feststellbremse erklang. »Heute wird's was Besonderes geben. Ich spüre es in den alten Knochen.« Hier mal ganz kurz meine Frage. »Was ist Erias Fluch? Wisst ihr es noch?« Die Ablenkung kam Barbandoa wie gerufen. Schnell wischte er Tröpfchen und Tränen vom Gesicht. »Alter Knochen!« Er öffnete die Lieder und wandte sich zu seinem Freund um, der auf einem Karren saß, gezogen von einem struppigen, schwarz-weiß gescheckten Pony. »Du bist kaum zehn Zügeln älter als ich.« Die Ladefläche lag voller Gestänge, Greifhaken und mehreren Keschern. »Aber es waren zehn sehr entbehrungsreiche Zügeln, die ich Vorsprung habe.« »Hehe, das zählt doppelt? Nein, nein, dreifach bei Wrackers!« Giselgar sprang vom Bock und band die Zügel an einem Essigbaum fest, dessen Blätter ein buntes Dach bildeten. Wie Barbandoa trug er eine leichte Lederrüstung, was für Zwerge ungewöhnlich war. Doch arbeitete man nahe am Wasser, war ein Kettenhemd oder eine schwerere Panzerung keine gute Wahl, es sei denn, man wollte unter allen Umständen ertrinken. »Deswegen musst du auch härter arbeiten als ich.« Giselgar nahm das zusammenschiebbare Fernrohr aus der Gürtelhalterung, zog es aus und warf einen prüfenden Blick hindurch über die Wogen, das Kiesbett und das Ufer zu beiden Seiten. »Hm? Schon was gefunden, während du faul gewartet hast? Ich wollte gerade...« »Ah, eine Ausrede!« »Haha! Weshalb bist du aus platigen Glanze vorausgegangen, wenn du...« Giselgar hielt im Schwenken inne und drehte schnell am vorderen Element der Sehhilfe. »Verflucht! Der Blitz soll die gierigen Langen treffen.« »Wieso hast du sie nicht vertrieben?« Barbandoa wandte den Kopf in die Richtung, in die das Fernglas zeigte. Zwischen den größeren Felsen und auf den herausragenden Brocken im Wasser, die eine Überquerung des Tovan trockenen Fußes ermöglichten, sprangen Menschen, ausgestattet mit hakenbesetzten Stöcken, Säckchen und Netzen, andere trugen Reusen. »Die waren vorher noch nicht da,« verteidigte sich Barbandoa und verzog das bärtige Gesicht. »Du hast die Langen nicht gesehen, weil du zum grauen Gebirge gestarrt hast.« »Als käme es dadurch zu dir,« entgegnete Giselgar und packte das Sehglas ein. »Rasch, nimm dir von der Ausrüstung und runter ins Kiesbett. Diese verfluchten Gierfinger sollen vor uns nichts finden, was unserem Stamm gehört.« Er langte auf die Ladefläche und raffte an sich, was er zu greifen bekam. Gestängeteile schepperten metallisch. »Beeil dich! Wenn sie auch nur eine Brosche vor uns finden, werde ich das Pony ausspannen, es zu mir auf den Karren hieven und dich das Ganze zurück in die Siedlung ziehen lassen.« Dann rannte der Zwerg los und rutschte flink die Böschung hinab. Seit der Flucht aus ihrer alten Heimat versuchten die Fünften zu retten, was dies marktfarbenen Fluten aus den Stollen bis ins geborgene Land spülten, um es zu bewahren und für jenen Zyklus bereit zu halten, an dem sie ins Gebirge zurückkehren konnten. Barbandor betrachtete das helle Kiesbett, über das sein Begleiter eilte. Wie jeder Zwerg und jede Zwergin kannte er Elrias Fluch. Er besagte, die Göttin des Wassers habe dem Element befohlen, die Kinder des Schmieds samt und sonders zu ersäufen, und wenn es in einer knöcheltiefen Pfütze sein mochte. Ein gewaltiger, reißender Fluss hatte leichteres Spiel. Gieselgar schien es nichts auszumachen, dass er bis auf zwei Schritte an den Thoban heran musste, während er die Gestänge zusammensetzte und das Fischen im smaragdfarbenen Strom begann. Also los. Barbandor atmete einmal tief durch und schob die Kampfaxt in die Rückenhalterung. Danach nahm er Ruten, Stangen sowie Kescher und seinem Freund zu folgen. Ich tue das ja nicht zum ersten Mal. Das Gefühl, das in ihm aufstieg, als das Rauschen der Wellen und das Blubbern der Strudel durch das Tosen der Wasserfälle drangen, wollte er nicht Angst nennen. Unwohlsein klang wesentlich besser. Die Menschen hatten die beiden Zwerge bemerkt und riefen unverständliche Worte zu ihnen hinüber, machten abfällige oder scheuchende Gesten. Sie mochten keine Konkurrenz auf der Suche nach kleinen und großen Reichtümern. »Diese Schuhpisser! Stets der gleiche Narrentanz!« sprach Gieselgar laut, um die Geräusche des Flusses zu übertönen und lachte. »Hehe! Herr, ihr da! Wagt es nicht, heimlich unsere Schätze einzustecken!« brüllte er den Sammlern zu. »Alles, was ihr findet, zeigt ihr mir! Verstanden? Das ist Eigentum meines Volkes!« Schon setzte er eine Brille mit speziell geschliffenen Edelsteingläsern auf, mit denen er besser durch den Schaum und die Wogen auf den Grund des Flusses sehen konnte. Geschickt nutzte er den Kescher, um damit im Tovan zu stochern. »Helria! Nimm einen von denen zu dir, nicht uns!« »Ich kann es den Menschen nicht verdenken. Es sichert Essen und geringen Wohlstand.« Barbandor hatte sich auf vier Schritte genähert und setzte den Magnetstein in die Halterung der langen Stange, an deren Ende ein Fanghaken saß. Danach rammte er die schmiedeeiserne Rutenhalterung in den Untergrund. Zur Beruhigung seines Gemüts steckte er sich ein wenig aromatisierten Kautabak aus seinem Beutel in die rechte Wangentasche. Der Geschmack der Fasern von Zimmet mit Minze breitete sich sogleich in seinem Mund aus. »Es bleibt Diebstahl an unserem Stamm!« beharrte Giesel gar und zog das Rohr zurück. Im Kescher glänzte ein handtellergroßes, verziertes Silberstück mit einem Rubin darin, das er herausnahm und zufrieden in die Ledertasche steckte. »Du willst sie nicht etwa verteidigen, oder?« »Nein, ich habe nur Verständnis.« Barbandur schob den Magnetstein in den Fluss und dirigierte ihn an der langen Stange auf gut Glück hin und her. »Mit solch einem Pfund wie deinem kommt eine Familie durch den Winter.« »Nun, es ist aber Frühjahr. Sollen die Langen das Getreide und Gemüse aussehen und ihre Äcker pflügen, wenn sie im Winter was zu beißen haben wollen?« Giesel gar hatte erneute Beute gemacht, einen massiven Goldring, der im Sonnenlicht zwischen seinen Fingern aufglänzte. Beim Wegpacken warf er Barbandur einen rätselnden Blick zu. »Wenn du an dem zweifelst, was wir tun, und den Langen unsere Schätze gönnst, weswegen meldest du dich seit zehn Zyklen stets freiwillig?« »Weil ich, ähm...« Er sah erneut zum grauen Gebirge, das sich hinter den Regenbogen und einer Gistwand verbarg. »Weil ich hoffe, eine Nachricht zu finden, nicht nur antike Kostbarkeiten der Toten.« »Nachrichten? Von überlebenden Fünften?« Giesel gar stieß ein knappes Lachen aus. »The! Niemals! Der steinerne Torweg ist zugeschüttet wie die hohe Pforte und alles, was wir kannten. Da lebt niemand mehr. Seit eintausend Zyklen!« Er deutete auf den Fluss. »Darin treibt ihr Vermächtnis an uns vorbei. Rette ihr Andenken, Barbandur, bevor es diese Aasvögel unterhalb von uns tun.« Barbandur nickte und verschob die lange Route mit dem Magnetstein daran. Den Glauben an ein Zeichen, an ein Signal der Hoffnung, ließ er sich nicht nehmen. »Halte die Stellung, Jungspund! Ich suche weiter abwärts!« Giesel gar schulterte seine Ausrüstung und ging über das weiß-graue Kiesbett auf die Menschen zu, die von den Trittsteinen herabsuchten, Netze auswarfen und Reusen verlegten. »Und erkläre den Langen, wie sie sich zu benehmen haben!« Barbandur verlängerte seinen Stab geschickt um ein Anbaustück und schob ihn tiefer in den rauschenden Strom. »Ist gut!« Er überließ es seinem Freund, sich den Beschimpfungen und dem Hohn auszusetzen. Bis hierhin mal. Ja, es hat sich einiges verändert. Wie gesagt, das graue Gebirge überhaupt, die Gebirge existieren in ihrer ursprünglichen Form nicht. Auch im geborgenen Land, das überhaupt nicht mehr geborgen ist, hat sich etliches verändert. Die Macht haben andere. Drachen spielen eine wesentliche Rolle. Und was ist gut, was ist böse? Auch das ist nicht mehr so klar definierbar, sondern eher eine Sache der Perspektive. Auch Orks haben Gefühle. Mir hat es extrem viel Spaß gemacht, wieder diese Welt zu betreten und mich darin zu bewegen. Genauso wie es auch dem Alexander May, glaube ich, sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Und ich glaube, euch wird es nicht anders gehen. Also jetzt der sechste Teil. Und eins kann ich euch versprechen. Es bleibt nicht dabei. Es geht weiter. Bis dann. Euer Johannes. Ciao.